Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4813. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nach einem langen Tennisspiel tut es gut, sich auszuruhen. Nach einem langen Tennisspiel tut es gut, sich auszuruhen. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Jetzt ist mein Geschäft eröffnet. Ich habe so lange auf diesen Tag gewartet. Jetzt ist mein Geschäft eröffnet. Flugbegleiter müssen gut organisiert, kommunikativ und belastbar sein. Flugbegleiter müssen gut organisiert, kommunikativ und belastbar sein. Flugbegleiter müssen gut organisiert, kommunikativ und belastbar sein. Unser Büroserviceteam nimmt den Anruf für Ihr Unternehmen entgegen. Unser Büroserviceteam nimmt den Anruf für Ihr Unternehmen entgegen. Im Wald gibt es besonders große Pilze. Im Wald gibt es besonders große Pilze. Ich fotografiere sie. Morgen ist Vatertag. Vielleicht bekomme ich ein Geschenk von meiner Familie. Morgen ist Vatertag. Vielleicht bekomme ich ein Geschenk von meiner Familie. Es hat geschneit. Die Bäume sind mit Schnee bedeckt. Es hat geschneit. Die Bäume sind mit Schnee bedeckt. Es hat geschneit. Die Bäume sind mit Schnee bedeckt. Dieses Gemüse ist für unser Mittagessen. Ich werde es gleich zerkleinern. Ich will die neue Seife ausprobieren. Sie soll gut für meine Haut sein. Anton hat ein seltsames Hobby. Er sammelt alte, hölzerne Schuheanzieher. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.